Oben bist du wirklich frei. Alles bleibt zurück und du kannst wahnsinnig weit sehen. So oft es geht, lassen wir den Alltag hinter uns und fahren von München in die Berge. Einfach zum Bahnhof und auf geht's. Mit dem Zug kommst du morgens total entspannt in die vielen Täler und schon auf der Fahrt glitzert die Natur durch jedes Fenster. Und abends lassen wir uns einfach nach Hause fahren. Kein Ballast, nix Überflüssiges. Freiheit. Bahnland Bayern. Freiheit.